Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Unter Dieben Weiter geht's hier Hier lagen Hier lagen Würde ich mal sagen Sagst du Hier rum Ich stehe hier schon die ganze Zeit Oh Vorsicht Das ist nicht weit Hey Sorry Ist das vielleicht den Weg Schön dass du Spaß hast Tut mir echt leid Na toll Das ist Kumpel Traust du mir nicht Gewiss nicht Na bitte Schätzchen Genau deswegen Das war total unnötig Der Tritt Wehe du führst mich in ne Sackgasse Hier durch Ich glaub deine Wampe passt da nicht durch Okay Das hier müssen wir glaube ich schieben Kommt schon Was brauchst du denn so lange Hier rüber bitte Okay Das sieht glitschig aus Ja hilf schieben Nein Hilfe mir schieben Hier rauf müssen wir nämlich Auf geht's Das ist doch deine Mutter Rüber da Weiter Los weiter Ach Ich muss nach hinten Kamera Ist manchmal Ein bisschen Böse Hier rüber Ich hoffe du schaffst den Sprung allein Meine Hilfe kannst du vergessen Oh Niesreiz Bei sowas macht man eigentlich keine Scherze Wo bleibst du Oh ja Hintertüren sind immer Türen Was musst du tun Was müssen wir tun Wart einfach hier Das hier Wie üblich regle ich alles Wirklich Moment Was Die Symbole Ich kenne die Symbole Ich mache erst mal den hier So ein kleines Buch So große Zylinder Ist das der richtige? Glaube ja Das ist glaube ich noch nicht der richtige Was meinst du was ich hier mache? Ah der nächste ist der richtige Das ist der richtige Okay der ist richtig Der nicht Nein Nicht doppelt Kein Druck Bitte Drehen 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 Und immer weiter drehen Ich glaube der nächste ist der richtige Etwas zum drehen Komm Mach dich mal nützlich Drehen 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 Ja jetzt kommt da Wasser raus Oh Mist Oh Mist Jetzt diskutier dich Hey hier Danke Au Au Ioo Die Welt habe ich unendlich Muni Sonst wäre es ein coolstes Abenteuer. Was machen die da oben? Au, wo kommt der näher? Nein, nein, nein! Ah, ah, ah. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um ein Dringling abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Lazariewicz, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. F-Net-Astorn! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja! Das war ein direkter Headshot Und schnell weg! Au, 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 au! Au! Stillbeheilung! Wir haben keine Waffen, wir müssen nur laufen! Was war das denn? Au! 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 Diesmal ist der Schwung richtig! Hä? Wo schießt er denn hin? Danke für die Waffe! Oh! 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 Das war rabiat! Au! Au! Da ist jemand aufgespießt! Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen! Okay! Auf geht's! Komm schon! Da eilen wir uns! Okay! Nicht stehen bleiben! AK! Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen! Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen! Ja! Die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier! Hey! Ihnen hat's wohl nichts gebracht! Aber hier! Danke! Hm! Tja! Lazarewitsch und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt! Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein! Äh, nein Chloe! Wir suchen den Cintamani-Stein! Was? Wir müssen Lazarewitsch aufhalten! Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören! Wow, wow, wow! Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch! Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll! Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt! Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht! Unsterblich! Wir stehen mitten in Shambhala! Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben! Hier geht etwas Seltsames vor! Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen! Ich will das nur in Ordnung bringen! Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann! Hör mal! Schätzchen! Der Welt! Ist das egal! Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab! Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen! Ja! Und ich will ihn mehr als bluten sehen! Aber so läuft das nicht! So! So läuft das! Nein! Diesmal nicht! Na los! Was meinst du? Dass ihr spinnt! Na los! Aber gut! Retten wir eben die Welt! Hehehe! Munition! Und Munition! Das werden wir brauchen! Kanate! ambush! Mit Öffание! Ich bin done! Auf der provedest aut resolutions! Hohohoho! verdammt ich habe nicht gesehen woher der geschossen hat verdammt die typen sind nicht gerade einfach weil sie einen schlechter töten dass man gucken kann sind sie oben da kommt schon trifft die halten ganz schön was aus mehr als mir lieb ist wo ist der typ da gucke ich nur kurz um die ecke und ich werde sofort erwischt die Ja, 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 ja. Oh nein Daneben Du greifst, jetzt Wie viel Halt Oh oh Moment, ich muss Pause machen, dieser Jukrex ist nervig Was zur Hölle? Okay Wie viel halten die aus? Die Typen sind gemein Zurück Die Typen sind doch eine richtige Plage Wo ist der? Da oben Was? Ich war doch in Deckung Deckung Die Typen Die Typen Die Typen Die Typen Die Typen sind ja Die Typen sind ja Die Typen sind die Typen Der Typen sind die Typen verdammt warum sind die so schwierig so schwierig habe ich die gleiche erinnerung ich muss mich gerade in den mund geflogen wach ich war doch in deckung wie viel halten die aus die die Verdammt! Verdammt! Ja es ist sehr kritisch! Diese Typen sind echt nervig! Es wird mal weiter schießenat! Das war's für heute. Die Typen halten was aus. Wie viel heilst du aus? Au! Verdammt! Wie viel hält einer aus? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist schwieriger als gerade. Besonders wenn ich einen Glückkreis habe. Der dauernd stört. Der dauernd stört. Verdammt! Wie viel hältst du aus? No! Schieße mal auf mich! Könntest du bitte mal drauf gehen? Wie lange willst du noch überleben? Danke! Armbrust! Oh Mist! Die fliegen in die Luft! Wo bist du? Genau! Werft das genau hin, wo ich mich gerade hinrollen will! Au! Hals! Ich muss nochmal gegen die! Mh! Immer weiter schießen! Ja, diesmal nicht! Wo kam der denn auf einmal her? Los, spring rüber 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 Oh Nein Danke Bleib mal stehen Mist, die fliegen in die Luft Wir brauchen stärkere Waffen als die hier So aus Ich nehme die Waffe Mann Ich habe die Stelle wesentlich einfacher in Erinnerung Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part